Wohin fliegt eigentlich Starman, der Fahrer des ersten Serienautos im Weltraum? Ist es der Asteroidengürtel, landet er auf dem Mars oder wird er irgendwann mal auf die Erde stürzen? Viele von euch hatten sich das Thema auf WhatsApp gewünscht und was ihr euch da wünscht, darüber berichte ich ja gerne oft. Da gibt es die besten Themenvorschläge von euch. Wie ihr meine Nummer addet, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Herzlich willkommen bei Clixoom Science & Fiction und den Elon Musk Chroniken. Hat also Elon Musk noch einen letzten Kuh mit Starman vor oder wird er jetzt ganz unspektakulär durch den Weltraum fliegen bis ans Ende der Tage? Erstmal unspektakulär ist offensichtlich anders, vor allen Dingen im Zusammenhang mit dieser Geschichte eine absolute Untertreibung. Mit seinem Tesla Roadster als Testfracht für den Erstflug der Falcon Heavy hat uns Elon Musk alle so richtig geflasht. Was für eine unglaubliche Idee und welch unfassliche Bilder. Das Ganze noch gekrönt von ein wenig Popkultur mit dem Hitchhiker's Guide through the Galaxy an Bord, der Musik Space Oddity von David Bowie aus der Steueranlage und natürlich einem Handtuch im Handschuhfach. Absolut irre war das, aber wohin fliegt dieses ungewöhnliche Raumfahrzeug jetzt eigentlich? Von Elon Musk waren bisher nur widersprüchliche Aussagen zu hören zum Mars, zum Asteroidengürtel und das alles scheint nicht zu stimmen. Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts hat die bisher bekannten Daten analysiert und weiß jetzt, wohin der Tesla unterwegs ist. Und eins ist sicher, daran wird sich nichts mehr ändern. Der Treibstoff ist verbraucht. Der Kurs kann nicht mehr geändert werden. Der Tesla ist nach seinen Berechnungen in eine elliptische Bahn rund um die Sonne eingeschwenkt, so wie alles, was hier so im Sonnensystem durch die Gegend fliegt, Planeten, Asteroiden und jegliche Himmelskörper. Dabei liegt der Sonnenfernsehepunkt etwas außerhalb der Mars-Umlaufbahn. Im Frühsommer wird Starman dann den Mars-Orbit erreichen, ohne allerdings in eine Umlaufbahn einzuschwenken. Am nächsten wird er dem Mars am 8. Oktober 2020 sein, allerdings immer noch in einer Entfernung von 7 Millionen Kilometern, viel zu weit weg, um auf dem Mars zu landen oder einzuschlagen. Das wäre auch gar nicht gewünscht, um den Mars nicht mit Substanzen von der Erde zu verunreinigen. So oder so wird der Tesla wahrscheinlich viele Jahrhunderte seine Bahn ziehen, vielleicht irgendwann mal etwas abgelenkt. Aber eins ist sicher, eine Gefahr stellt er nicht dar. Dafür ist er viel zu klein. Würde er auf die Erde stürzen, würde er einfach verglühen. Denn wir würden nichts davon mitbekommen. Auf der South by South West Konferenz hat Musk jetzt neue Meilensteine verkündet. Die Big Falcon Rocket soll erste kurze Flüge bereits in der ersten Hälfte des nächsten Jahres machen. Damit wäre das erste interplanetare Raumschiff der Menschheit absolut im Zeitplan. Es wird und bleibt also spannend bei Elon Musk. Wenn er als erstes Neues dazu und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp, also hier geht das dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video. Garantiert ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Clixoom mitmachen und mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und mitbestimmen was hier euer Clixoom so passiert. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken. Und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit. Dafür auch draufklicken. 1.000 Raketen zum Mars. Ansonsten bis dann. Bleibt dran. L